Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von Cblog in Factorio und ja ich habe mir das gerade so ein wenig überlegt beim letzten mal haben wir ja fünf stücke von den Maschinentieren gebaut und ich habe mir gedacht fünf stück ich könnte mir doch gleich so eine machen dass ich mir gleich noch eine sechste auch mit dem Bau dass ich von den Fibern mal was übrig kriege und wenn ich nämlich von denen was übrig hab oh gott ja dann ja noch mal oh gott ich brauche da zwei dampfmaschinen das baue ich jetzt gleich dampfmaschine zwei stück und ein heizkessel bitte und gib mir da mal bitte ein bisschen kohle raus das muss ich jetzt mit der hand befüllen das ist mir jetzt egal so dann kommt genau da kommst du so bin ich schon mal froh dass da hier keine jetzt denke ich wieder gt lustig ist in gt trinke ich hier in Factorio und Factorio an gt doch leicht ja schön fällt mir so als wort ein so das heißt dass wir haben jetzt mal 200 kohle drin die wird jetzt hoffentlich ein paar sekunden halten und das heißt wir haben jetzt unsere strom produktion auf 3,6 megawatt erhöht kann sein dass ich von dem zeug noch viel mehr brauchen als ich mir gerade vorstellen dann muss ich das aber noch kompakter bauen weil so viel land habe ich nicht aber wenn ich davon noch mal drei stück machen muss ja nein ihr wisst schon so ok also wir brauchen auf jeden fall dann irgendwann ja das problem ist halt ich brauche ich habe ich bräuchte für eigentlich ein zwischenlager habe ich das stahl nicht so wenn dann ich glaube hat ihn auch glaube ich geschrieben ist sondern immer lager bauen klar wer am sinnvollsten ich sollte nur daran denken dass ich dann am schluss sechs feld insgesamt frei lass wenn ich dann nach oben gehe dass ich da das auch hin bauen kann mit zum beispiel ich könnte dann hier nach oben gehen so ok dann mache ich das jetzt auch mal das heißt wir gehen jetzt hier nach oben und hier nach drüben und brauche ich mir gleich mal wieder ein paar bänder wir gehen da schon mal bis dahin und dann heißt es jetzt ich baum jetzt dann hier meine maschinen auf und zwar 123 ich muss mit den bändern auch wenn es plattsparend ist was ja teilweise gut ist ja aber ich muss ja auch da strom dran kriegen also haben wir das mal so kann ich mir bitte noch ein paar masken bauen danke aber mein problem ist jetzt wenn ich so baue komme ich nicht dran also machen wir es ja scheiße es ist aber zu viel platz mist das heißt jetzt ich gehe dahin dann kommst du weg du kommst dahin da kommt es der strommast um eins verschoben genau und dann baue ich mir ja ich bin halt halt weg denkt mal anders denkt mal denkt mal logischer es kann natürlich sein dass ich mir irgendwann sag pass auf mir reicht das nicht ich baue mir dann hier die maschine hin und zwar einem eine muss ich verbauen damit ich definitiv weiß und dann kommst du und gehst auch nach oben das heißt jetzt nämlich ich mache hier eine zweite reihe das heißt ich könnte hier bis zu zwölf stück von diesen maschinen hinstellen dann muss ich hier einmal mut zur lücke haben aber in ordnung weil die maschinen ja sozusagen das richtige machen okay also dann heißt es jetzt das muss weg ich hoffe dass ich es rechtzeitig sehe wenn sich da die kohle auflöst dann haben wir das auch sauber dann kommt es jetzt dahin und jetzt brauche ich dann sozusagen von dem mache ich noch mal eine maschine da habe ich wenigstens drei damit es dann ist dasselbe ja mist nein habe ich nicht das ist jetzt gleich konfus oder muss man nicht begreifen aber mach mal okay also das heißt jetzt jetzt habe ich ja hier das heißt ich komme jetzt von von da das heißt meine mein part geht es dann hier entlang auch oder bis da mindestens sind dann heißt es der strommas kommt weg kommt da wieder hin und dann bauen wir mal nochmal zwei dann gehen wir mal nach oben und holen uns noch ein bisschen eisen nochmal schön wenn man da ans eisen überhaupt mal rangehen kann ohne bedenken zu haben dass es gleich ausgeht das heißt jetzt habe ich auf jeden fall schon mal hier fünf stück geplant und ich muss den auf jeden fall auch so bauen okay dann heißt es jetzt wieder wir haben 1 2 3 4 5 stück rein 1 2 3 4 5 stück raus ich produziere 5,3 megawatt und verbrauche momentan 4,4 megawatt perfekt ja und jetzt heißt es jetzt du produzierst mir aus der abteilung die da und tust die rein was schade ist dass man die nicht aufstellen kann also ich wüsste doch nicht wie so dann brauche ich noch mal einen knickarm du kommst nämlich dann hier rein dann gehst du nämlich noch ein stück weiter dann hast du nämlich auch noch was so und dann kann ich jetzt hingehen und sagen du und du so wie du ihr verschwindet so und wir möchten nicht dass die sich staut also machen wir da weg und du legst kurz das heißt lang kurz lang kurz lang kurz da kommst du weg ja der war falsch sehr schön ich habe es außerdem richtig gemacht und der haut gerade kohle weg dann heißt es für mich zack wir müssen hin wir müssen wieder kohle nachlegen man wird ja produzieren das noch müssen so dasselbe spiel haben wir dann auch hier das heißt ich produziere jetzt noch mal eine von den maschinen damit ich es obere auch ab wie gesagt hier kann ich dann irgendwann das lager mit hin bauen 1 2 3 4 5 toll muss ich halt da drüben hinstellen wird schon irgendwie gehen so wir produzieren jetzt auf jeden fall auch einiges an an fiber aber nicht genügend wie man sieht das heißt du packst rein du packst raus und du legst kurz diesmal und dasselbe noch mal hier und copy paste so das heißt wir haben jetzt zwei vier sechs acht stück die uns die sachen herstellen also das heißt der planer mit fünf minuten der ist kürze also das was also wenn ich das in der minute haben wir brauchen 90 stück hallo spinnst du braun 9,3 megawatt na ist klar nee das problem ist ja auch ich lans noch irgendwann lernen ist um das herzustellen die grüne algen herzustellen muss ich da mal rein bin auch hier schon richtig die grüne algen herstellung braucht momentan 30 sekunden 25 stück herzustellen also das heißt momentan ist eigentlich die limitierung ok die grüne algen produktion wäre eigentlich eine forschung die sind macht die machen wir jetzt einfach 10 20 30 40 50 so produziert das mal auch bestimmt gleich wieder maschinen du bist den nächsten fünf minuten beschäftigt alles gut da können wir aber noch ein wenig land ausschütten also wir haben genügend zu tun so dann habe ich jetzt eine maschine nein ich habe nein doch ich wollte mir eine maschine bauen lassen bin vorher hochgegangen also wie gesagt produziere mal dann hätte ich die fünf nein ich habe mir schon welche produzieren lassen ich habe sie unten eingesetzt so was okay dann heißt es jetzt du machst lang du magst kurz du magst auch kurz und dann kann man nämlich das noch befüllen dann haben wir hier hinten unseren bereich das lager eins zwei drei vier fünf sechs sieben ja reicht auf jeden fall ich könnte da hat er aufgehört oder da fängt er an das heißt sie können sogar noch mal das band um zwei verlängern perfekt okay dann haben wir jetzt auf jeden fall schon mal das und jetzt brauche ich halt da meine ja ich muss ich muss die leider wieder einstellen ich muss erst mal man muss mir erst die bauen 15 20 25 30 35 40 45 50 danke dann gehen wir mal runter dann gehst du 8 und du kriegst 7 und der baut mir jetzt gerade ja alles schon mal so weit fertig dass ich dann die maschinen gleich habe eine werde ich jetzt erstmal bauen damit ich weiß wie ich es oben machen muss du kommst alles dahin eigentlich auch keine doofe idee ne dass ich da eigentlich wo ich kein wo ich definitiv das band habe wo ich keinen strom brauche da auch keinen verlegt ne was meine idee nirgendwann kommt okay so das heißt wenn er vor dass ich gerade ja ne pasche das heißt die produzieren ja auf jeden fall das heißt ich muss jetzt dann mal nächsten strommasten nehmen da kann ich da hingehen da kommt die maschine jetzt dann hier hin das heißt ich brauche jetzt dann noch ein paar kniggis noch mal ein paar maschinen und ein kupfer und ein bisschen heißen immer gespannt was mir gerade ich schätze mal drüben wird jetzt mittlerweile auch alles stillstehen weil die kisten voll gelaufen sind befüllt mal da ich ja momentan nicht einfach nur rumstehen kann und schauen was ihr was ich habe einmal von jedem 200 stück bitte mit nach vorne du merkst es ja nicht dann machst du den und du machst den dann haben jetzt auf jeden fall schon mal da ist das heißt du produzierst jetzt als nächstes auf jeden fall die wood pellets das heißt du gehst hier entlang und du produzierst mir ein paar pappels danke jetzt kriegt jeder noch elf wissenschaftspakete das heißt die grün algenproduktion läuft auch das problem ist es dann nur herstellung und zwar 50 grünalgen das heißt ich brauche jetzt dann 80 minera leisten worte und ich hätte die braunalgen solche los das heißt wir gehen auch mal hier rein und ich muss mein rezept ändern kann ich das hier ändern ich glaube nein wenn ja ich hab's nicht gesehen also das heißt wir machen das mal weg ja und ich muss warten jetzt warten wir mal bis die forschung durch ist und ich drin mal wieder zu meinen ich bin mal wieder kohlenmännchen noch mal der mann mit dem kopf ist ja so wir sind jetzt fast schon durch dass ich die knick arme hat wenn jetzt gerade ich könnte mir doch die bände hier schon mal allein muss auf jeden fall das land oben aufschütten genau ich habe gesagt eigentlich kürzt da rein so dankeschön so das sind mir 50 stück und jetzt erforschen wir mal ein paar sachen die wo mal schnell gehen nein gut dass das nicht geklappt hat verdammt ich muss sofort das land erstmal aufschütten und warum muss ich das genau weil das ist nämlich hier im weg steht wir haben jetzt nämlich gleich ein strom problem und irgendwann wird es auch bestimmt noch schön gebaut aber noch nicht jetzt so das heißt jetzt auf jeden fall du produzierst mir mal bitte gleich noch mal zwei dampfmaschinen und du einen heizkessel brauche ich sowieso das heißt das haben wir auf jeden fall schon mal durch dann gehe ich dahin und sag zu ihm wollen wir mal die geschützt haben wir als nächstes genau das sage ich ihm wie sie ihm gesagt habe der wird das sagen du hast einen vogel aber gehen wir nicht anders so apropos vogel nein da wollen wir nicht hin diesmal wollen wir dahin und diesmal wollen wir das da machen und diesmal wollen wir algen zwei haben das heißt jetzt ja brauchen auf einmal nur noch fünf und ich habe dieses braun zeug weg also ich habe schon gesagt ich kann da draus ich glaube drei milliarden papier herstellen oder so soll das heißt ich brauche jetzt mineralisiertes wasser das mache ich natürlich auch hier und als nächstes noch mal die steinmauer man muss natürlich auch prioritäten setzen apropos prioritäten solange ich sowieso ist gerade irgendwas komisches macht kann ich das auch laufen lassen also das wasser ist kein problem crash ist dann kommt von da würde von der anderen seite kommen das kommt und hier und das kommt nicht vergessen das kommt dann von hier nein falsch was mache ich denn du kommst von hier danke also das heißt vier stück müssten alleine abgestellt werden um das rüber zu transportieren zu den ja hier unten auch wieder umbauen ich glaube das war ganz gut dass ich das so groß gemacht habe ja weil ich muss jetzt dann auch noch mit bändern rankommen kommen sie randa denn sie wollen wird so das heißt jetzt für dich wenn du jetzt durch bist ich möchte das bitte wechseln dass da nein ich möchte wieder wieder zurück wechseln weil ich bin noch nicht so weit das heißt ich könnte dann mit rohren kommen ja weil ich ja momentan in der mitte bin wenn ich jetzt da will ich jetzt gerade am wenigsten wenn ich jetzt gehen darum stellen habe ich ja hier ein eingang ihren ausgang also braucht dann geht kann jetzt wasser weg machen aber ich habe ja beides dann was ich rein füllen muss also das heißt ich habe ein rohren system dann auch noch oben also hier ja da freue ich mich apropos freuen schätze mal ich will gleich auto auf strom sein ok ich habe jetzt noch ein bisschen land übrig lauter quattel und bla bla dann legen wir das mal nach ganz oben ist die frage ist ein steinrohr ne stone pipe ja heißt ich ziehe dich mal schnell weg geht ich wieder hin das ab und stellte ich wieder auf so dann haben wir auf jeden fall schon mal unsere produktion und dann kann ich ja hingehen und sagen okay der dampf ein wieder ist die pumpe will ich oder ich kommt jetzt dahin nein kommt er nicht weg du darfst den strom nicht vergessen ist wichtig ja wobei die hauptlinie ist da oben da kann ich mir gerade hier irgendwo ich kann mir von jedoch jetzt nicht kann ich mir auch noch ausborgen dann heißt es jetzt gibt der da kommt möchte eigentlich dass du dahin kommst dann musst du dahin kommt moment wenn ich jetzt dich gerade wenn ich dich gerade macht komme ich nicht hin aber es ist egal dann machen wir jetzt gerade das dann haben wir jetzt schon mal auf jeden fall die dampferzeugung oben das heißt ich brauche jetzt noch mal ein heizkessel den heizkessel machen wir hier hin dann gehen wir schnell auf kohlen fangen dann haben wir den auf jeden fall schon mal online du bekommst 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 du bist du bist du musst du momentan leider eine stone pipe bekommen wird aber irgendwann eisen dann haben wir jetzt dann auf jeden fall schon mal denen das heißt die fangen jetzt an Strom zu produzieren und wenn die soweit sind okay, die werden nicht mehr Leistung abgeben können dann kann ich jetzt hingehen und dich abreißen aber jetzt geben die natürlich dann mehr Leistung ab dann machen wir dasselbe Spiel auch hier wie der Stone Pipe Kohle ich werde mal gleich zwei mitnehmen wie gesagt, bis wir das dann so weit haben bis wir das oben haben bis das alles produziert wird da oben okay, dann haben wir jetzt dann den dann warten wir auch mal bis der so viel produziert dampf 200 passt und dann haben wir das schon mal weg dann können wir schon mal die ganzen Pipes und ich habe jetzt gemerkt, ich habe schon Eisenpipes, das ist sehr gut dann werden die schon mal ausgetauscht dann kommt es dann hier die Dampfmaschine hin und hier der Heizkessel hin Eisenrohr und dasselbe auch mit Strom und ich habe ja Gott sei Dank noch produziert das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall genügend Strom produzieren wir produzieren jetzt schon mal 7,3 Watt und das ist hervorragend und jetzt kommst du noch mal weg und du kommst auch weg ich brauche nicht parallel welche Bad Ressourcen so, dann heißt es jetzt ich kann jetzt eigentlich hier die gleich wieder hinten dran pflanzen nein, kann ich nicht das heißt, ich muss die Dinger hier hinten machen ich mache jetzt erst mal nur zwei so, dann heißt es jetzt du kommst hier rein du gehst hier runter irgendwann lande ich das noch dass ich den letzten auch noch mit machen muss und dann kommst du hier raus und gehst hier nach droben hier nach droben aber ich kriege Wort für den Jungen der Rungen so, wenn wir schon neben dem Eisen sind nehmen wir uns gleich wieder frisches mit wir brauchen nämlich mehr davon so, dann gehen wir erst mal hier entlang bis hier hin perfekt dann haben wir noch das das und das so, dann kann ich zudem sagen du kommst hier hin und du machst den kürzeren du machst den längeren du stehst am kürzeren und du am längeren Hebel na verdammte Axt das ist, naja, wobei, doch geht geht, klar hallo weg denk mit oder guck hin reicht so, genau also du machst den kürzen du machst den lang du füllst ein ja, muss nur noch sagen was du herstellen sollst und zwar du sollst aus der Abteilung äh, gebe mich nichts an oder klick mich tot aus der Abteilung ne hä ach ich hab da noch ne Kleinigkeit vergessen äh, ja das sollte ich auf jeden Fall noch machen äh, ja du gehst aus der Abteilung und machst den da hervorragend und dann äh, brauche ich aus der Abteilung Ofen es ist scheißegal nein, es ist nicht scheißegal Mist den kann man nicht machen was bist denn du äh, nur ein anderes Rezept, ne ok ja, es gibt ja diese Öfen wo man, ähm konnte man ja früher hingehen und sagen ok, stell dich hin und ich kann dich als Rezept einstellen aber das geht wie es aussieht nicht mehr so nein den kann ich da nicht hinbauen weil ich muss ja auch von oben irgendwo runterkommen weil ich will ja das oben auch noch machen dann heißt es du gehst bis dahin beziehungsweise nein, ich baue noch ich baue noch einen dritten Ofen ich muss halt nur irgendwann dran denken dass ich da auch immer wieder Kohle hinschmeißen muss bis ich die Variante mal elektrisch habe das wird aber glaube ich noch eine ganz schöne Zeit dauern sonst muss ich die halt einfach weiter auseinander stellen und mit Untergrunddingern arbeiten so, dann sage ich jetzt zu dir du baust mir nochmal sechs Stück dann haben wir nämlich auf jeden Fall das und ich kann jetzt in der Zeit schon mal sagen geh nach oben so, jetzt fangen die nämlich wieder das Produzieren an und ich bin gespannt wer meinen Fehler schon gesehen hat den werden wir aber erst wieder beim nächsten Mal auflösen denn die Zeit ist schon rum Mist daran habe ich überhaupt nicht gedacht ja genau ja das bauen wir beim nächsten Mal um ja ich habe ja euch ein bisschen Zeit gelassen welchen Fehler ich gemacht habe richtig ich tu das raus ich tu das da rein habe ich tu es nicht ich tu es nicht in die Maschinen rein das heißt ich habe hier hinten dran den Input vergessen das heißt das ganze Zeug muss ein Stückchen noch nach oben ist aber ich würde sagen jetzt macht er dann trotzdem weiter ja denn ich möchte dass der schon mal Kohle produziert denn man weiß nie wann man weiter machen kann und wenn man es vergisst hat man irgendwann ein riesen Strom Problem und das wollen wir äh vermeiden so das heißt die produzieren jetzt wie die Weltmeister Kohle und äh packen das nach oben das heißt die geht auch nicht so schnell leer und produzieren weiter fabelhaften Strom genau so wollen wir das haben und dann werden wir das beim nächsten Mal optimieren und richtig machen genau dann kann ich euch nur empfehlen weitere Videos von mir zu gucken wenn ihr natürlich wollt habt Spaß dabei und wir sehen uns das nächste Mal bis dahin ciao ciao